Gäste, schön, dass du da bist. Hock dich her. Willkommen im Bräustüberl. Ja, zurzeit bin ich ja auf dem Frankenweg unterwegs, mit kurzen Unterbrechungen, wie dieser hier zum Beispiel. Und die letzte Folge endet in Kronach und da bietet es sich natürlich an, über den berühmtesten Sohn der Stadt Kronach zu sprechen. Würde ich euch heute etwas über den Künstler Lukas Mahler aus Kronach erzählen wollen, dann wüsstet ihr vermutlich nicht, von wem ich spreche. Wenn ich aber sage, ich erzähle euch heute etwas über Lukas Kranach, den Älteren, dann wisst ihr Bescheid. Denn Lukas Kranach war einer der bedeutendsten Renaissance-Künstler und neben Dürer sicherlich einer der besten Maler, die es hier je gegeben hat. Aber er hieß tatsächlich Maler. Er war der Sohn von Hans Maler, der auch schon Maler war. Bei dem Vater ging er in die Lehre. Aber er hat sich nach seiner Heimatstadt Kronach benannt. Und da er ein Franke war, der Franke sagt nicht Kronach, sondern eher sowas wie Kranach, kommt er eben, der Lukas Kranach. In Wien während seiner Wahls, während seiner Gesellenjahre in Wien hat er sich so genannt. Aus dem kleinen oberfränkischen Städtchen Kronach stammt der Lukas Kranach, der Ältere. Und ich habe euch ein paar schöne Impressionen aus Kronach von meiner Wanderung mitgebracht. Leider sind sie ein wenig verregnet. Aber man sieht die schöne mittelalterliche Altstadt, die schönen fränkischen Fachwerkhäuser und auch die imposante Festung, die über der Stadt thront. In seinen Lehrjahren, ich habe es erwähnt, ging dann später eben Lukas nach Wien und hat dort gemalt, hat dort Porträtaufträge schon sehr viele gehabt, hat sich einen Namen gemacht als Porträtmaler und ist dort auch mit der Geisteshaltung des Humanismus in Kontakt gekommen, der sehr verbunden war. Er ging dann später nach Wittenberg, was damals auch noch ein winziges Dorf war, was aber gerade eine aufstrebende Stadt wurde und hat dort Luther kennengelernt und war wirklich eng mit ihm befreundet, so eng, dass er eben auch sein Trauzeuge war und der Pate seiner Kinder. In Wittenberg hat Kranach dann eine Werkstatt gegründet. Ich war auch einmal da, man kann sie tatsächlich noch sehen. Und in dieser Werkstatt hat er mit vielen Mitarbeitern, mit Lehrlingen im ganz großen Rahmen Kunst geschaffen. Er war ein wirklich guter Geschäftsmann, wie auch sein Freund Dürer. Auch die beiden waren bekannt miteinander. Er war ein wirklich guter Geschäftsmann. Er wusste es, sich zu verkaufen und auch wirklich in eine Massenproduktion zu gehen. Also wirklich seine Schüler haben mitproduziert. Er hat arbeitsteilig gearbeitet. Er hat immer wieder mit Vorlagen gearbeitet, die er weiterverwendet hat, hat durchgepaust. Also hat wirklich alles daran gesetzt, seine Malerei auch als einen finanziellen Erfolg zu realisieren. Und er hat eine unglaubliche Kunstfertigkeit gehabt, die er eben auch wirklich weitergeben konnte an seine Mitarbeiter und auch eben an seinen Sohn Lukas, den Jüngeren. Das war sein Zweitgeborener. Der Erstgeborene war auch Maler, ist aber relativ früh gestorben. Und so ist eben Lukas, der Jüngere, dann später der geworden, der die Werkstatt weitergeführt hat. Und diese Werkstatt hat über 5000 Werke geschaffen. So glaubt man, ganz sicher weiß man es eben nicht. Das ist immer das Problem in den Werkstätten. Rembrandt hatte eine Werkstatt, Andy Warhol hatte eine große Factory. In diesen Zusammenschlüssen weiß man immer nicht, was hat tatsächlich der Meister gemacht, was haben Lehrlinge gemacht, was haben unter Umständen Mitarbeiter oder Lehrlinge später gemacht und haben es versucht, eben dem alten Meister noch zuzuschreiben. Das geht immer ein wenig verloren. Und Kranach war tatsächlich auch, da hatte auch andere geschäftliche Geschichten noch am Laufen. Er war Verleger, er hatte eine Apotheke, er war irgendwann sogar Bürgermeister von Wittenberg. Und das ist natürlich schon auch eine ganz bunte Sammlung an Aufgaben, an Ehrungen und sonstigen Dingen. Also er war da tatsächlich schon ein ganz angesehener Bürger. Und auch so angesehen, dass ihm auch einer, ich glaube, ein Herzog hat ihm eben auch erlaubt, sein berühmtes Signet, diese kleine Schlange, die so einen Rubinenring trägt, zu verwenden. Das war auch eine Ehre, dass er mit so einem Symbol hat unterzeichnen dürfen. Also er war wie auch, Goethe war ja auch so ein Tausendsasser, der irgendwo noch Minister oder sonst was war. Also das gab es in der Geschichte immer wieder, dass Künstler nicht nur kreative und talentierte Menschen waren, sondern eben auch große Geschäftsleute, die auch gesellschaftlich zu ansehen kamen. So, jetzt würde ich gerne ein Bier aufmachen. Ich habe leider keines aus Kronach. Ich habe nur hier ein Schankbier vom Lindenbräu aus Gräfenberg. Und während ich das trinke, habe ich für euch ein kleines Filmchen vorbereitet. Das könnt ihr euch anschauen. Ich war nämlich im Germanischen Nationalmuseum und habe alle die Kronach-Bilder dort abgelichtet, die dort hängen. Von den 5000, glaube ich, sind noch insgesamt 1000 zu besichtigen. Andere sind verloren gegangen. Sei es in den Tresoren irgendwelcher Geldanleger oder aber sie sind irgendwo vernichtet worden oder einfach verloren gegangen. Und ein paar sind eben auch in Nürnberg, weil natürlich auch die Stadt Nürnberg mit Kronach auch insofern zu tun hat, dass sie ja eben als das Zentrum Franken sozusagen und auch der Reformation ja auch sehr wichtig war. Melanchthon war ja auch hier, hatte hier gewirkt in Nürnberg, war auch ein Freund von Kronach und Luther und Dürer. Das war damals, heute würde man sagen, Applausen. Und deswegen gibt es eben noch einige sehr schöne Bilder und eben auch ein, das ganz besonders berühmte und wunderschöne Porträt Luthers, was Kronach gemalt hat. Und übrigens hatte Kronach sich von seinem Spezi ausgebeten, dass er ihn exklusiv porträtieren darf. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz tolle Geschichte gewesen damals für beide. Einmal konnte eben kein anderer ein Luther-Porträt malen, aber auf der anderen Seite hat diese große Kunstfertigkeit und die Bedeutung von Kronach auch dazu beigetragen, dass diese Luther-Bilder um die Welt gingen. Aber jetzt gibt es erst einmal ein Lindenbräu. Das ist ein Schankbier. Ich habe es, glaube ich, euch schon mal vorgestellt. Es hat nur 2,7 Prozent Alkohol, hat aber wirklich den vollen Geschmack. Für mich definitiv das beste Schankbier. Ich habe letztens erst eines vom Tegernseher. Tegernseher war auch einer der Ersten, der ein Schankbier rausgebracht hat, was ich insgesamt sehr begrüße. Ich finde es toll, wenn es auch Biere gibt, die, ich sage mal, tagsüber trinkbar sind, in der Sonne trinkbar sind und einfach auch für Menschen mit großem Durst trinkbar sind, die dann nicht gleich irgendwie betrunken sein wollen. Insofern finde ich das toll. Und hier der Lindenbräu hat wirklich eines der gehaltvollsten, was den Geschmack angeht, Schankbiere gemacht. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, ich schätze und liebe alle meine Zuschauer. Aber es gibt eben doch ein paar Zuschauer, die ich noch mehr liebe. Und das sind meine Patrone und auf deren Wohl trinke ich, wie immer, mein Bier. Und wenn auch ihr zu diesem erlesenen Kreis der Patrone gehören möchtet, so könnt ihr das hier auf dieser Website tun und mir mit ein paar kleinen Euro monatlich mich unterstützen, hier meine Arbeit. Und bekommt selbstverständlich dann auch am Ende des Jahres ein Kunstwerk von mir, je nachdem, in welcher Preisklasse ihr sozusagen unterwegs seid. Also, auf euer Wohl, der Asksson Vargard, der Wonneboul, der Andreas Hofmann, der Sebastian Günther und der Sympathisant. Auf euer Wohl, Prost! Ah, jetzt habe ich mich voll trillert, wie der Allgäuer sagt. Hauptsache ist nichts auf das Mikrofon gegangen. Ja, süffig, leicht, wunderbar. Ich fürchte, ihr bekommt nicht dieses Bier, wenn ihr nicht aus Franken seid. Insofern, also, ihr lasst es euch zuschicken. Ich weiß nicht, ob der Lindenbräu sowas macht, aber Gräfenberg ist ohnehin immer eine Reise wert. Ihr habt ja schon einige meiner Wanderungen dorthin gesehen. Und ist ein schönes Wirtshaus, eine tolle Brauerei. Und haben tatsächlich ziemlich gute Öffnungszeiten. Ich glaube, sie haben gar keinen Ruhetag, nur so einen halben oder so am Montag. Immer eine Empfehlung der Lindenbräu. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Reingebaut in ein altes Kloster. Davor stehen die Säulen der Menschenrechte. Und es ist ein sehr, sehr schönes Museum. Toll kuratiert. Ja, so ein paar Lebensdaten könnte ich euch vom Lukas K. nach dem Älteren noch sagen. Er ist wahrscheinlich 1475 geboren. So genau weiß man es nicht. Lustigerweise habe ich gelesen, hat man gedacht 72 oder 75 und sie versuchen es zu datieren und es gab wohl eine Beschwerde über die Malerkinder, die sich so furchtbar aufführen. Und das ist aktenkundig geworden. Und da hat man dann versucht zurückzurecht und wandern, obwohl der Lukas geboren ist. Der hatte natürlich auch einige Geschwister, wie das damals eben so üblich war. Gestorben ist er, er ist relativ alt geworden, er ist weit über 70 geworden, ist in Weimar dann gestorben und auch dort beerdigt. Ich war einige Mal in Weimar, leider nicht an seinem Friedhof, also an seinem Grab. Er ist dort begraben und man kann auch das Grab noch besichtigen. Ein befreundeter Bildhauer, ich habe den Namen vergessen, hat die Grabplatte gemacht, die dort allerdings wohl nicht mehr marginal liegt. Wenn ich das nächste Mal nach Weimar komme, dann werde ich das Filmchen nachreichen. Ja, die Renaissance war ja insgesamt, ich sage einmal, sehr von Italien ausgehend. Aber der Austausch unter den Künstlern war da und so ging auch einiges nördlich der Alpen in dieser Zeit. Und da hat sich wirklich unglaublich viel verändert. Man hat das Mittelalter hinter sich gelassen. Man hat den Aufbruch wieder begonnen, eigentlich dorthin wieder da anzuknüpfen, wo man im Altertum schon war. Ja, weil ich meine, die Römer, die Griechen hatten ja schon eine große Kultur, große Kunst, die komplett in Vergessenheit geraten ist, weil eben letztendlich war es die Kirche, die das alles unterdrückt hat. Und da kam es eben wieder hoch und hat eben dann auch wieder dazu geführt, dass man anknüpfen konnte, die Malerei wurde wieder, die Bildhauerei, das alles wurde wieder kunstfertiger, wie es eben vorher auch schon war. Und eine große Zeit und eben die Zeit der Medien. Auch Kranach hat auch Kupferstiche gemacht, hat auch Holzschnitte gemacht. Es gibt die Druckgrafik mit Gutenberg, begann die Reformation, ein gewisses Selbstbewusstsein, der Humanismus, die großen Philosophen. Also da passierte in Europa so viel. Und es war so ein Aufbruch an Geisteshaltung und eine wahnsinnig spannende Zeit. Und da war eben auch Franken ein ganz, ganz großes Zentrum dieser Bewegung. Und ging eben dann über Wittenberg, Weimar, ging eben diese Achse. Weil Kranach war, es würde euch langweilen und ich weiß es nämlich außerdem nicht, war Hofmaler von verschiedenen Fürsten, Kurfürsten, Herzögen und weiß der Deibe wem. Jeder hat, der was auf sich hielt, wollte sich von Kranach porträtieren lassen. Und diese Porträts, wenn man sich anschaut, die sind wunderbar gemacht, großartige Porträtbilder. Aber sie sind Porträtbilder. Ich sage mal, wenn man die Menschen nicht kennt oder nicht besonders schätzt, dann sagt einem das meist wenig. Außer man sieht vielleicht die Haltung oder die Menschen, wie sie angezogen sind. Aber so, ja, begeistert mich jetzt nicht so unglaublich. Was er aber auch gemacht hat ist und was wohl auf ihn zurückgeht, ist, er hat damit begonnen, oftmals diese Porträts auch mit so Landschaften so ein bisschen anzureichern. Dass er also im Hintergrund so auch so ein paar Landschaftsausschnitte, sei es durch ein Fenster oder so im Hintergrund so hinein zu malen. Und das hat natürlich eine gewisse Lebendigkeit dadurch und stellt einen Bezug her. Eben nicht nur, da ist einer vor einer Wand. Ganz oft haben die Künstler ja damals, weil sie ja schon sehr viel auch über Farben und die Farbenlehre wussten, immer so einen türkisen Hintergrund genommen, um die Hauttöne in der Komplementärfarbe da wirklich dann vorne strahlen zu lassen. Also sie waren da, er war sehr, sehr gewieft und hat eben das auch in seiner Werkstatt wirklich vormalen lassen und hat dann weiter nur die letzten Striche gemacht und hat das nach einem ganz klaren Schema gemacht. Es ist auch überliefert, dass er zum Beispiel von Leuten, die er häufiger porträtiert hat, da hat er schon die Bilder schon gleich vorbereitet. Da hat er dann schon ein paar gemalt oder malen lassen. Und dann, wenn er später ist, hat er ihm dann irgendwie anders Kappe aufgesetzt, ein bisschen den Bart grau gemacht oder den Bart ein bisschen länger und dann war das das neue Porträt. Also er war schon auch ein Hund, ja. Aber ich finde, es ist sehr wert, ihn zu beobachten. Was auch noch, was mir jetzt auch noch einfällt, was ihr ja auch gesehen habt, eine der der Venus-Figuren habt ihr ja gesehen, Er hat natürlich auch immer wieder Aktbilder gemalt und das wurde natürlich immer gemacht, indem man irgendwelche antiken Göttinnen dargestellt hat, weil die konnte man irgendwie nackert malen und man kam nicht in den Ruf, dass man da Pornografie herstellt. Aber letztendlich war es natürlich so etwas in der Art und diese Bilder gingen also weg wie die warmen Semmeln an die europäischen Fürstenhöfe. Und auch ein sehr schönes Bild, finde ich auch, ist eben dieses ungleiche Paar. Wenn man sieht da den alten Sack, der da mit dieser jungen, ganz verwegen und hinterlistig dreinblickenden jungen Maid dort abgebildet ist, ist auch ein Motiv, was in der Kunstgeschichte immer wieder auch von verschiedenen Malern auftritt, was eben eine moralische Bedeutung haben soll. Ja, ich hoffe, ich konnte euch diesen wirklich wichtigen deutschen Künstler ein bisschen nahe bringen und werde mich dann auch bald wieder weitermachen auf dem Weg von Kronach weiter auf dem Frankenweg und werde euch von dort berichten. Ja, bis dahin wünsche ich euch euch Gute, zum Wohl, bleibt mir alle gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ferts euch! Ihr wisst, abonnieren, Glöckerl drücken und da hier ist noch ein Video, was man sich auch noch anschauen kann und da freue ich mich, wenn ihr dranbleibt. Also, Servus! Ferts euch! Ferts euch!